Hallo ihr Lieben, ich will euch heute mal einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus meinem neuen Buch Not Your Girl. Das kam im Löwe Verlag heraus und ist mein zweites Jugendbuch dort. Mein erstes war Instagirl und in Instagirl ist die Isi die Hauptperson und hat eine wirklich heftige Antagonistin, also eine Gegenspielerin und zwar die Kim. Die Kim fordert ja wirklich alles ab, die ist fies, intrigant, arrogant und ich habe, als ich das Buch fertig geschrieben habe, hatte ich das Bedürfnis nun dieser Kim einen Raum zu geben, weil ich nämlich davon überzeugt bin, dass kein Mensch fies geboren wird, sondern dass alles seine Vorgeschichte hat und diese Vorgeschichte plus die Nachgeschichte, die ist nun in Not Your Girl und Kim hat viele Übergriffe erlebt, hat eine heftige Vergangenheit und hat dann beschlossen, sie kapselt sich ab, sie verdeckt ihr Innerstes, damit sie keiner verletzen kann. Und so hat sie sozusagen sich eine harte Schale zugelegt, die arrogant wirkt und die unnahbar wirkt und so kommt sie in Isis Klasse in Instagirl und tut alles dafür nicht gemocht zu werden, damit keiner nah an sie ran will, weil das könnte sie ja wieder verletzen. Und jetzt möchte ich euch nämlich eine meiner Lieblingsstellen aus dem Buch vorlesen, weil die Kim hat viele üble Geschichten erlebt mit Jungs, aber hier gibt es einen in ihrer Clique, der heißt Latte, wird Datte genannt und der meint das wirklich ehrlich mit ihr und sowas wie mit Latte hat sie noch nie erlebt und da möchte ich eine Szene vorlesen, wo sie bei Latte eingeladen ist, allein. Es roch nach Curry, als sich Lattes Wohnung betrat. Willkommen in Mumbai, Mies, sagte er. Latte war barfuß, hatte eine weite indische Hose an und einen Schal wie einen Turban um den Kopf gewickelt. Zwischen den Augen einen roten Punkt. Er drückte die Hände vor dem Herzen aneinander und verneigte sich leicht. Ihr ergebene Dina Latteci begrüßte junge Mies. Er nahm ein weißes Tuch von seinen Schultern und legte es mir um den Nacken. Namaste. Dann führte er mich in die Küche, die mit bestimmt hundert brennenden Kerzen geschmückt war. Der Tisch war für zwei gedeckt und mit orange-roten Blüten und Anissternen verziert. Es war ein Traum. Ich stand ergriffen im Türrahmen und blickte mich um. So etwas Schönes hatte ich noch nie erlebt. Hast du das für mich gemacht? Aber sicher, schöne Mies. Ein Augenschmaus für den Augenschmaus. Er verbeugte sich wieder. Ich kam mir ganz schäbig vor, in meinen zerrissenen Jeans und dem ollen T-Shirt, auf dem Overkill stand. Und da erreichte er mir einen roten Stoff, der mit goldenen Pailletten bestickt war. Falls die schöne Mies einen Sari tragen möchte. Ich wickelte mir das Tuch unbeholfen um den Körper. Woher hast du das alles? Indischer Mitbewohner, der netterweise heute unbedingt ins Sportstudium musste. Latte? Latteci, junge Mies, mit G am Schluss. Also gut, Latteci. Das ist wirklich wunderschön. Danke, Mies Kim-ji. Er verneigte sich wieder. Er wies mir einen Stuhl zu, schob ihn mir unter den Po und schenkte uns beiden Tee in kleine bunte Gläser. Das Curry stand dampfend auf dem Tisch. Er tat uns beiden auf und setzte sich. Auf Latteci, sagte er und hob sein Glas. Gibt es etwas zu feiern? Mein Geburtstag. Heute? Er nickte. Und den verbringst du mit mir? Er nickte wieder. Und als wir uns über das dampfende Curry und die flackernden Kerzen hinweg ansahen, da tat mein wundes Herz, einen gewaltigen Hüpfer, mitten hinein in einen rosa Watteberg. Latteci reichte mir eine Schüssel mit warmem Wasser und einem Tuch. Er hatte selbst eine vor sich stehen und wusch sich darin die Hände. Ich tat es ihm gleich. Und dann steckte er sein rechter Hand mitten in das Gemüse-Curry und begann zu essen. Macht man so in Indien. Und also begann auch ich das Essen mit der nackten Hand in den Mund zu befördern. Anfangs war es ein bisschen unangenehm, aber ich gewöhnte mich daran. Und während wir das leckere Curry genossen und eine orientalische Musik erklang, blickten wir uns immer wieder an. Und ich dachte plötzlich, dass Bo mich einen Scheißdreck interessierte. Was machst du eigentlich? Du meinst, wenn ich nicht koche? Ja. Ich studiere Soziale Arbeit. Echt? Wie alt bist du denn geworden? Zwanzig. Und du? Ich werde bald sechzehn. Es ging mir ganz leicht über die Lippen. Die verfluchte Fünfzehn würde ich nie mehr nennen müssen. Meine Eltern sind nicht so begeistert. Dann wurde mir schlagartig klar, dass ich in der Clique ja das Märchen von der zerrütteten Familie erzählt hatte, um mich interessant zu machen. Ich blickte Latte erschrocken an. Aber er lächelte. Hör mal, Kimi, ich weiß, dass du gelogen hast, aber ich verurteile dich nicht dafür. Es war ja nicht ganz gelogen. Ich glaube, du hast eigentlich von dir gesprochen, oder? Du hast dich verlassen. Du hast dich betrunken. Und du behandelst dich schlecht. Es wird einen Grund dafür geben. Und den hätte ich in unserer Clique bestimmt auch nicht preisgegeben. Er hob sein Tee-Glas in die Höhe. Auf einen neuen Lebensabschnitt. Ja, Latteji, sagte ich erleichtert. Auf die Wahrheit. Das war der kleine Ausschnitt aus meinem Buch Not Your Girl. Und wie es weitergeht, könnt ihr natürlich lesen. Das Buch gibt es im Löwe Verlag. Und diese Stelle, wie gesagt, die berührt mich besonders, weil dieser Latte, der ist wirklich so ein herzensguter Mensch. Und der meint das so ehrlich mit ihr. Und das erweicht auch Kims Herz. Da gibt es natürlich noch einige andere Sachen, die passieren, bis sie mehr zu sich findet. Und auch erkennt, dass sie liebenswert ist, so wie sie ist. Dass sie sich nicht verstellen muss, sondern dass sie genau dann liebenswert ist, wenn sie eben echt ist. Und nicht perfekt. Sondern perfekt, unperfekt. Okay. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wenn ihr es mal lest. Und tschüss.